Willkommen zu meinem Review Video über den Amazis Option Lifter. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses praktische Vakuum Heberset erzählen, mit dem Sie sicher Fliesen, Glasplatten und andere glatte Gegenstände transportieren können. Aber bevor wir beginnen, vergessen Sie nicht, den Link in der Videobeschreibung zu überprüfen, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und mich zu unterstützen. Lassen Sie uns zuerst über die Merkmale und Funktionen des Amazis Option Lifters sprechen. Dieser Vakuum Heber wurde speziell als Hilfsmittel zum Anheben von Glasplatten, wie Fenster, Glastischplatten, Spiegel, Fliesen und anderen sperrigen, glatten Gegenständen entwickelt. Sie können ganz einfach ein Vakuum erzeugen, indem Sie den Hebel umdrehen. Der Amazis Option Lifter verfügt über drei Saugnäpfe aus speziellem Gummi mit einem Durchmesser von 123 mm und einen robusten Aluminium-Tragegriff. Die maximale Tragfähigkeit beträgt beeindruckende 135 kg. Im Lieferumform sind zwei Stück enthalten. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen von zufriedenen Nutzern. Horst geschreibt, hatte mir die Vakuumsauger gekauft, um ein Meerwasser-Aquarium, 70 kg, in den vierte Stock tragen zu können. Natürlich hatte ich Bedenken und Angst, ob diese halten, aber es hat alles bestens geklappt. Die Saugkraft ist meines Erachtens sehr gut. Daher von mir fünf Sterne auch auf Grundpreis-Leistung. Merco hingegen gibt eine Bewertung von zwei Sternen ab und bemerkt, die Saugkraft der Heber ist okay, leider gehen nach und nach die Hebel kaputt und man bekommt keinen Ersatz. Dimitri Bernhard ist von der Funktionalität auf rauer Oberfläche beeindruckt und schreibt, Für mich war es ganz wichtig, dass der Heber auch an rauer Oberfläche der Fliesen funktioniert. Daher habe ich mich für dieses Modell mit drei Saugknöpfen entschieden. Das war absolut richtig. Die Knöpfe halten sehr gut und sicher. Die Griffe sind aus Metall und sind auch sehr stabil. Super Produkt! Diese positiven Bewertungen zeigen, dass der Amazisuktion Lifter seine Aufgabe gut erfüllt und von zufriedenen Kunden geschätzt wird. Nun möchte ich den Amazisuktion Lifter mit ähnlichen Produkten vergleichen. Der Amazisuktion Lifter bietet eine beeindruckende maximale Tragfähigkeit von 135 kg, während andere vergleichbare Vakuumheber möglicherweise nur eine geringere Tragfähigkeit haben. Außerdem ist der Amazisuktion Lifter mit drei Saugnöpfen ausgestattet, was für zusätzliche Stabilität sorgt. Einige andere Vakuumheber haben möglicherweise nur einen oder zwei Saugnöpfe. Dieser zusätzliche Saugnapf kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, schwere Gegenstände sicher zu transportieren. Abschließend möchte ich meine Meinung über den Amazisuktion Lifter zusammenfassen. Dieser Vakuumheber ist eine großartige Investition für alle, die regelmäßig schwere und sperrige Gegenstände transportieren müssen. Die hohe Tragfähigkeit und die robuste Konstruktion machen ihn zuverlässig und sicher. Die positiven Bewertungen von zufriedenen Nutzern bestätigen die Qualität dieses Produkts. Wenn Sie den Amazisuktion Lifter kaufen, können Sie sicher sein, dass Sie ein hochwertiges Produkt erhalten, das Ihnen bei Ihren Transportbedürfnissen helfen wird. Klicken Sie jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, um den Amazisuktion Lifter auf Amazon zu kaufen und mich zu unterstützen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.